so hallo und herzlich willkommen heute kleines ankündigungsvideo und zwar geht es um den weihnachts stream special stream wir haben geplant wie im hintergrund sieht ein case opening werden dennis chico und ich werden jeweils 40 keys also ca 40 kisten öffnen an jedem der tage als wir werden am 25 und 26 ab circa 20 uhr 20 uhr 30 abends streamen da werden wir mms machen wir werden eben jeder 40 kisten an beiden tagen aufmachen des weiteren werde ich an jeden tagen an beiden tagen jeweils fünf souvenir kisten öffnen zwar die cobblestone souvenir kisten ja des weiteren wird es fette giveaways geben nach jedem matchmaking des wir machen wird es wieder ein bis zwei keys geben gucken wir mal wie es läuft und am 26 wird es als special giveaway eine ak vulkan in factory new geben sieht richtig nice aus geile condition factory new wert ist glaube ich circa 80 euro am 25 wird es eine ak frontside misty geben in minimalware die hat der dennis netterweise gespendet als giveaway und des weiteren hatte dennis noch ein hans mann forest dtprt gestiftet das werden wir am 26 raushauen wenn die vier anzahl passt also ich denke mal so ab 125 bis 150 vier im stream kann man das raushauen das knife ansonsten wird es auf jeden fall so noch einige giveaways geben kleinigkeiten eben keys oder irgendwelche skins was auch immer und ja wir gucken dass muss noch ein bisschen was einfallen lassen und ich hoffe ihr seid dabei bringt spaß mit seit dem sport am start schreibt die kommentare wenn ihr am start zeit gebt ein daumen hoch dem video teilt auch mit euren freunden ich würde mich riesig freuen vielen dank auch alle für den support ich hoffe ihr habt morgen schöne weihnachten ja und dann hoffe ich wir sehen uns am 25 26 handhaben viel spaß zusammen jo dann haut rein bis dann ciao